Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Wir sind gerade ein bisschen stalkerhaft und schauen hier gerade durch das Fenster rein. Ob das jetzt so vorteilhaft ist bei der Kim, weiß ich auch nicht. Sie zeigt sich ja eher auf YouTube, immer gefühlt schon ganz nackt. Sie ist eigentlich kurz vorm Platzen, Freunde. Ich habe ein bisschen Angst, dass das in dieser Folge passiert, denn in dieser Folge habe ich eigentlich was anderes geplant. Also, ich hoffe, Kim, bitte halt es noch ein bisschen zurück. Denn ich würde gerne in dieser Folge eigentlich gerne alle altern lassen. Also, ich würde wirklich alle, die hier in diesem Haushalt sind, wenn die dann aus der... Genau, Kim. Denke ich mir auch. Hallo, Kim. Oh yeah, Leute. Product Placement. Ähm, gleich. Also, ich würde gerne alle altern lassen. Also, es heißt, Florian und Honey fliegen endlich raus. Kalenta fliegt auch raus. Äh, Lukas wird zum... Nicht abspülen. Äh, Luke... Kim so, ich spüle nicht ab. Ich laufe lieber durch die Küche. Ähm, also durch diese Theke, Küchentheke, das wollte ich sagen. Ja, dann Lukas wird zum, ähm, was wird er dann? Teenager. Teenager, mhm. Und unsere beiden kleinen Zwillinge werden dann zu Kindern. Und ich werde auf jeden Fall dann, ähm, ja, nächste Folge, ich hoffe ja sehr, ganz kurz, ich mach mal kurz Stopp, ähm, bevor ich hier weitererzähle. Ich, äh, hoffe sehr, dass das Kind dann nächste Folge kommt. Oder so. Und dann, Kim, machen wir noch eine Umstyling-Folge von den Kleinen. Oder wir machen erst eine Umstyling-Folge und dann kommt das Kind. Mal schauen, je nachdem, wie ich Bock drauf habe und wie ich Zeit habe, denn die Folge, die jetzt heute kommt, die kommt wahrscheinlich relativ spät am Abend. Aber das macht nichts, denn ich produziere gerade ein bisschen vor, weil ich bin über Silvester weg. Und ich möchte ja, dass ihr trotzdem Videos zum Schauen habt. So, Kim, ähm, ich räume erstmal deinen ganzen Müll hier weg, denn du weißt, ich bin hier deine persönliche Putzfrau. Und, Kim, du könntest eigentlich mal Wäsche waschen, ne? Oder, ähm, warte, Play. Oder muss ich hier, Sekunde, ist noch Wäsche drin, die wir rausnehmen müssen? Nee, ne, doch. Ausräumen und Wäsche bringen zu. Ja, zum Trockner. Du, Trockner mit D natürlich. Ähm, zum Trockner hinzufügen, mach das mal hier. Hier draußen sieht es noch ein bisschen, ja, chaotisch aus. Hier in unserer Rumpelkammer liegt auch alles rum. So, hallo Kim, wir brauchen einen berühmten Partner, um, äh, im Rahmen einer zielgerichteten Werbekampagne den Kabelkanal TV-Dinner zu promoten. Ja, sorry. Wenn hier jemand kochen kann, dann ist es ja wohl die sexy Kim von nebenan. Ich schließe, schließe? Ah, ich schließe in den nächsten 24 Stunden eine der folgenden Optionen ab, um den Vertrag zu erfüllen. Verwende die Videostation um... Wer ruft uns hier an? Ähm, Lukas ist in der Pause rumgeraten und hat versucht, einige andere Kinder zu küsse. Was, Lukas, warum machst du denn das? Oh Gott, direkt Mental Breakdown hier am Anfang. Er hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Ja, wäre ich auch, wenn, äh, wenn Lukas da angerannt kommt. Also, sorry, da würde ich definitiv schreiend und heulend wegrennen, ne? Küssen in diesem Alter, das geht, ups, das geht gar nicht, du dummes Kind. Ja, sorry, also, guckt ihn euch mal an. Von dem möchte ich auch nicht abgeschlabbert werden. So, verwende die Videostation, äh, um aufgenommenes Videomaterial hochzuladen. Unsere Werbeagentur wird dann das machen. Äh, benötigt Filmmaterial von dir beim Kochen. Wenn du mit der Drohne zum Thema Kochen hochlädst, erhältst du noch mehr Geld. Wie mache ich denn das? Leute, ich bin doch dumm. Hier ist aber Partymusik. Ey, können wir das ein bisschen leiser machen? Mittel? Äh, was macht die Kim denn jetzt? Aufräumen, nein, Kim. Ähm, kauft ihr mal bitte ne Drohne. Hallo? Guck mal, übrigens, wir feiern auch Silvester bei der Kim, weil die ist die einzige, die hier Feuerwerk am Start hat. Max, hallo. Ähm, ja, wartet mal ganz kurz. Also, ne Drohne sollen wir uns kaufen. Das, äh, sollten wir doch hinkriegen, hoffe ich jetzt zumindest mal. Wir müssen dann auch noch... Wie schön, das blüht alles. Ähm, oh, oh, oh Gott, warum lag denn der Baumodus so, Leute? Hä, hier drinnen nicht, aber hier draußen schon. Okay, keine Ahnung, was da wieder los ist. Ich möchte nichts feiern, ich möchte eine Drohne kaufen. Heißt die auch Drohne? Drohe, genau, same. Drohne ist die heißt anscheinend nicht so Drohne. Flugobjekt. Nein, wie heißt das, Leute? Oh mein Gott. Okay, ich finde das. Äh, Elektronik. Electronic Arts. Und dann gucken wir einfach mal bei... Werde berühmt Sachen. Guck mal, hier ist sie doch. Streaming. Die heißt auch Drohne. Oh, hab ich falsch geschrieben? Wäre sehr peinlich auf jeden Fall. Ähm, ne weiße Drohne. Guck mal, Kim. Die steckst du dir jetzt einfach mal ein. Guck mal, wir sind ja reisch. Wir sind ja Influen... Was soll das? Entschuldigung, wir haben keinen Bock auf Menschen. Der Lehrer muss schnell weg. Ja, dann soll er sich halt verbissen. Sorry. Daher bitte die Klasse, sich ruhig zu verhalten. Und, äh, ja. Soll Kalender ihm gehorchen und, äh... Oder andere Hausaufgaben machen, solange... Hä? Ach so. Ja, okay, das ist schwierig. Wenn ich jetzt in der Schule war und der Lehrer war weg und ich musste noch irgendwas machen für was anderes, dann hab ich das gemacht. Aber wenn der Lehrer gesagt hätte, ich sammle die Aufgaben ein, dann hab ich die gemacht. Also, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, du machst mal die Aufgabe Leistung zur Besserung klein. Das freut mich sehr. Ähm, könnt ihr, ihr seid alle fleißig. Das freut mich auch super. Ähm, ja, wie läuft's bei dir? Guck mal, die kann eigentlich aufhören, fleißig zu sein. Ähm, er könnte, ja, sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Und, ähm, ja, du bist ja eh schon crazy AF. Hast Hunger, aber das interessiert uns einfach mal nicht. So, wir haben jetzt hier eine Drohne. Wie machen wir denn das, Leute? Was muss ich... Aufnahme starten von... Aufnahme starten von... Kann ich ja uns anwählen? Nein. Wer ist er denn? Okay. Ähm, Aufnahme starten. Wir klicken mal, Aufnahme starten. Und kochen dann einfach mal, denn wir müssen ja eh einen Kuchen backen für die ganze Family. Und wenn in unserer... Alter, ich würde so gern bei der Kim wohnen, ne? Die Küche ist so, 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 so cool. Ich feiere das richtig, dass es so halb offen ist. Und dann hat man hier so einen riesen Essbereich. Und man hat hier drüben so ein Spielzimmer. Und, ach, ist das alles toll. Wo ist denn die Drohne jetzt? Ach da, die fliegt... Die fliegt ja durchs Haus. Es ist okay. Ähm, so. Okay, wir, ähm... Katja, es reicht. Ich möchte jetzt mal kochen. Und zwar einen Kuchen kochen. Ähm, was kochen wir denn geiles? Und zwar, wir kochen blauen Konfettikuchen. Ähm, ich habe keine Lust mit dir zu reden. Sorry. So, lasst uns mal, äh, uns aufnehmen. Wie die Kim läuft, ey. Die ist so hochschwanger. Ich habe so Angst, dass das Kind heute noch rauspfropft, ey. Das können wir echt nicht angehen eigentlich, Leute. Okay. So, hi, Kim. Und so, jetzt wird hier erstmal ge... Wie ist die denn so schnell da rübergekommen? Okay. So, hallo meine Lieben. Ich bin's wieder, eure Kim. Und ich bin crazy im Backen. Ich bin's wieder, eure Kims Totenwelt. Okay, nein, Sally ist eigentlich echt cool. Ähm, so. Kim. Sally ist übrigens richtig nett. Ich habe Sally schon mal getroffen. Die ist richtig nett. Ähm. So, nur damit ich das hier klarstellen kann, dass ich hier niemandem nachmache, der auf YouTube jetzt backt oder so. So. Ey, Kim, pass auf. Nicht, dass die Haare... Die Haare so... Ab. So, das wäre es noch, Leute. Das wäre es noch hier. Naja, egal. Wir lassen uns mal aufnehmen, wie wir hier backen. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Heute ist wieder ein sehr heißer Tag. Ein Hitzewelle-Tag. Das ist aber, finde ich, gar kein Problem. Denn wir haben ja... Oh mein Gott. Seht ihr das, wie das hier so heiß ist? Das hier alles flackert. Wie cool. Das Detail habe ich auch noch nie gesehen. Okay, es ist anscheinend sehr, 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 sehr heiß. Ähm. Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann machen wir auch nochmal einen pinken Kuchen, damit hier alles abgedeckt ist. Oder... Oh mein Gott. Ein Winter. Seit wann gibt es den? Wann ist der denn hinzugekommen? Der ist ja voll cool. Der Winterkuchen. Also, der wird jetzt auf jeden Fall gemacht. Wir haben zwar keinen Winter hier in Sims 4 gerade. Aber ich will den machen, Leute. Ich will den machen. Ja, Kim. Noch lachst du, ne? Aber gleich kommt die Drohne und schneidet ja alles ab. So, die Kinder schlafen hier. Das ist auch sehr, 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 sehr entspannend. Denn da nerven sie uns wenigstens nicht. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt sechsmal dann zusammen Kerzen ausblasen. Und ähm... Ja. Ich möchte ganz kurz sagen, dass das eine Herausforderung wird. Denn die Kim muss zweimal mitblasen. Denn sonst... Das hört sich komplett falsch an. Ähm. Denn sonst wird das nichts. Weil die beiden können das ja nicht alleine. Naja, okay. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Der Kuchen wartet schon auf die ganzen Kinder. Oder die ganzen Kinder. Ähm. Kann ich hier den... Guck mal. Den stellen wir jetzt einfach hier vorne hin. So. Passt doch. Perfekt. Lassen noch den anderen Kuchen. Unsere Kinder kommen ja auch bald wieder. Hoffe ich zumindest mal. Wahrscheinlich kommen die nie wieder. Ähm. Wir sind so in der Schule jetzt für immer und stecken da fest. So. Du kannst wieder normal machen. Oder ne. Komm. Du machst mal noch... Du bist mal fleißig. Du bist ja heute sehr fleißiger Boy. So. Kim. Wo gehst du denn jetzt mit dem... Wow. Was ist das? Warum ist das so crazy? Warum sind da so Tannennadeln drauf? Warum ist da so eine Tannendopfer drauf? Oh mein Gott. Okay. Also Geburtstagskerzen füllen wir mal hin zu. Der Kuchen sieht ein bisschen crazy aus. Ähm. Aber auch mal was Neues auf jeden Fall. Das man ausprobieren könnte. Wo kann ich denn den jetzt hinstellen? Hier vorne, ne? Komm. Stell mir beide dann so hier hin. Ist jetzt nicht ganz so optimal. Vom Platz gewählt. Aber naja. Wir können auch daneben stellen. Guck mal. Können wir auch... So. Ja. Dann steht er halt ein bisschen schräg. Das ist aber... Hey Kim. Oh mein Gott. Mondblüte. Hey Kim. Wie geht's? Ein Freund von mir. Ähm. Darf ich deine Nummer? Also Entschuldigung. Ist Schwach und muss aufgeladen werden? Ja. Wir hören gleich auf. Nein. Alter. Was wärst du denn für ein Verräterkind? Sieht ganz schön alt aus. Ist sie schon älter geworden? Anscheinend schon. Ähm. Kannst du den Stream... Oh Gott. Die ist schon am schwanken. Hey. Die Drohne ist wie ich. Ähm. Aufnahme beenden. So. Wir beenden mal die Aufnahme. Genau. Und dann Hausmannskostvideo. Nein. Ähm. Ähm. Wie nennen wir das denn? Größten Kuchen der Welt gebacken. Ja doch. Größten... Oh. Größten Kuchen der Welt. Nein. Das ist doch... So Clickbait sind wir nicht. Oder? Ähm. Coole Geburtstagst... Oh Gott. Geburt... Geburtstagstorten. Oh Gott. Ich hab grad voll Angst, dass ich mich voll verschrieben hab. Ähm. Natürlich in Caps, Leute. Yo. Ähm. Und so läuft das. So nennt man das. So. Ist schwach. Ja. Wie ich. So. Das stecken wir mal wieder in die Kim rein. Und dann gucken wir mal, wo... Ähm. Wo hier... Hallo. Äh. Video auf die Videostation. Ja. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, dass das so funktioniert. Hey. Ich hab gehört, dass du dich mit Zoe... Zoe ist unser Kind. Hallo. Ich möchte nicht mit diesem Kind reden. Ich möchte mich um meine Sachen kümmern. Oh mein Gott. Okay. Wo ist das jetzt? Hallo? Wo ist die Droh... Ah da. Ähm. Videos. Ja. Jetzt... Wieso kann ich das nicht machen? Hallo? Kann ich das... Ich möchte das aber machen. Ich möchte nicht Kontakt zu unseren Kindern haben. Ich bin so froh, wenn die endlich wieder älter werden. Denn... Die nerven mich extrem, Kleinkinder. Da hab ich das schon mal gesagt, dass es mich extrem nervt. Nein. Sie nerven mich übrigens extrem. Ich würde mir auch wünschen, dass wir einen Lotto gewinnen. Das haben wir auf jeden Fall verdient. Aber naja. Man weiß es ja nie so genau, ne? So. Wie ist denn das jetzt hier? Kann ich hier Videobestand ansehen? Ist es das? Nein. Sexy Outfits für Weihnachten. Das haben wir auch noch nicht hochgeladen. Das müssen wir unbedingt mal hochladen. Denn dadurch kriegen wir auch Geld. Weihnachten ist zwar schon vorbei. Aber egal, Leute. Wir laden das jetzt gleich mal hoch. Und, ähm, können wir einen Charity-Stream können wir machen. Kim, dieses Material ist... Das meinte ich. Das wollte ich... Hä? Das wollte ich nicht hochladen. Oh Mann. Ich wollte doch... Okay. Wow. Jetzt haben die das. Ich hab hier extra gekocht. Oh, was soll denn das? Ein Charity-Stream können wir starten. Da wir einfach so cool sind. Lichter anpassen. Ähm. Kalt und trüb. Hellweiß. Yay. Ich will eigentlich gar kein Licht gerade haben. Kann ich das wieder ausschalten? Hallo? Oh Gott. Der Strom, den wir hier bezahlen, Leute. Das ist einfach Horror. Unseren Kindern geht es allen scheiße, glaube ich zumindest. Es geht ihnen halt einfach nur müde. Der hat ein bisschen wenig Spaß. Er auch. Ja. Ihr habt bald gar keinen Spaß mehr. Denn... Denn... Ja. Altes Video promoten auf Kommentare antworten. Das machen wir doch direkt mal. Und, äh, dann so... Du Kack-Kind! Mann! Hör doch auf, immer alles dreckig zu machen. Oh mein Gott. Das ist der Grund, warum ich Kinder hasse. Die machen alles... Und dann fühlt sie sich noch cool. Alter, Kimberly. Du kriegst hier noch aufs Maul. Äh. So. Bi hat Hunger. Mein Gott. Du kriegst gleich, ähm... Also, du kriegst nichts zu essen. Natürlich nicht. Äh. Kim hat 240 Follower bekommen. Und hat jetzt 202... Ah, Kim. Das ist, äh, nicht ganz so viel. Die Scarlet ist da auf jeden Fall ein bisschen mehr im Influencer-Game als du. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm. Baby ruft an. Was möchte sie denn? Wow. Okay. Anscheinend, äh, gar nicht. Ähm. Folgendes wird jetzt getrennte Blumenbinden, Spielzeugreview, Logik und konzentrierte Vlogs. Kann Kim nicht aufstehen? Kim, bitte steh auf. Also, ja. Ihre Videostation steht ja halt auch nicht so optimal da. Gute Noten, Leute. Unsere Kinder sind schlau. Ähm. So. Und deshalb feiern wir gleich mal hier unten, dass ihr irgendwas erreicht habt in eurem Leben. So. Bitte alle hier versammeln. Teleportiert dich einfach runter. Honey ist fertig mit der Schule. Eine 2 ist eine gute Note. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen, äh, Raum für Verbesserungen gibt. Das gleiche für ihn, ähm. Galenta ist, äh, befriedigend. Oh, naja. Was soll's. Hallo. Oh, Kim. Lass dich doch nicht immer von dem Kackkind ablecken. Aber ablecken. Äh, ablenken. Mann. Lass dich doch. Oh mein Gott. Diese Menschen sind alle hier so anstrengend. Okay. Also, bitte geh hier runter. Bitte komm hier hin. Bitte komm du auch hier hin. Du erst recht. Und, ähm, du auch. Und, ähm, du kannst mal aufstehen, du faules Stück. Und, äh, kannst da sitzen. Nein, du sollst eigentlich da hingehen, laufen. Was ist denn der Unterschied? Gehen, laufen? Ich weiß nicht. Laufen wahrscheinlich schneller. Schön wär's. Guck mal, sie kann nur gehen, denn sie ist dumm. So, okay. Du läufst jetzt bitte mal da runter. Ja. Cool. Ist, äh, jemand anderes hier? Du auf jeden Fall nicht. So, am heißesten Sommertag wird heute Massengeburtstag gefeiert. Ich glaub, wir sind alle nicht bereit dafür, denn heute werden uns drei, äh, Kinder wieder verlassen. Ich hoffe ganz kurz, ähm, ist das alles, äh, drüben? Gott, die sind alle tot. Ist das hier alles vermerkt? Wer hier? Das Kalenderbild ist noch nicht dran. Kalender, wo ist dein Bild? Ähm, guck mal, hier sind doch die Bilder von der Kalender. Zehn. Hammer. So, Kalender hängt jetzt auch dran. Leute, es ist so crazy. Wir haben jetzt erst so vier Kinder hier in diesem neuen Haus. Aber im alten Haus hatten wir auch nicht so viel, oder? Guck mal, irgendwie, oder? Ne, drei Kinder. Ich glaub, die sind nur von hier. Wir waren sehr lange in dem ersten Haus und im zweiten Haus auch sehr lange. Und im nächsten Haus haben wir irgendwie gar nicht so viele Kinder gezeugt, hab ich das Gefühl. Ich hoffe, ich hab keins hier vergessen. Also, das wäre natürlich sehr tragisch. Aber, naja, was soll's, ne? Was soll's? Jetzt wird hier erstmal ordentlich gepustet. So, ihr dürft zuerst pusten. Ähm, Kerzen auspusten. Und du darfst die Kerzen... Was? Die Torte befindet sich... Ja, dann stell sie halt woanders hin. Mein Gott. Stell sie halt hier vorne hin. So, dann kannst du da vorne deine Kerzen auspusten. So. Okay. Let's go, Floria. Puste, was das Zeug hält. Yay. Er so... Wow. Macht dir mal jemand Party? Macht die Kim mir mal Party, wenn die Kinder... Kim. Lena Mantler. Nervt uns nicht. Ähm. Hä? Hallo. Was machen die denn jetzt? Kerzen auspusten, Kerzen auspusten. Ja, abfeiern. Wird das heute noch was? Spiel. Hä? Wollen die mich eigentlich verarschen? Was ist denn das für ein Spiel, Leute? Ich raste hier gleich aus. Ähm. Entschuldigung. Können die sich alle nicht bewegen? So, Leute. Ich musste die jetzt irgendwie resetten, auf jeden Fall. Und dann kam das hier direkt so. Bäm. Florian ist älter geworden. Und er hat irgendwas bekommen. Hier. Junger Erwachsener sein. Lebenslange Verantwortung für sich. Und dann bla 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 bla. Interessiert niemand. Wir haben gute Manieren. Denn wir sind einfach gut. Möchte ich ganz kurz behaupten. Kann das wieder weg? Oder haben wir das jetzt ständig, gute Manieren? Oder müssen wir uns das jetzt anwählen? Ich habe keinen Plan, Leute. Ähm. Florian ist einfach, denke ich mal, so jemand, der ist ein Einzelgänger. Ja, ich glaube, das haben wir extra. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal jemanden resetten muss. Brunhilde hat Florian. Oh, danke schön, dass ihr Geschenke schickt. So. Nein. Er bläst jetzt auch. Das freut mich auch sehr. Kann die Kim bitte mal wieder... Warte ganz kurz. Die Kim muss doch noch... Sie ist auf jeden Fall im Party-Mood, möchte ich ganz kurz behaupten. Ähm. So, gucken wir mal ganz kurz, was könnte er denn sein? Er könnte eigentlich echt selbstsüchtig sein. Das würde sehr gut passen. Das würde wirklich sehr, sehr gut passen. So. Ihr gönnt euch jetzt hier bitte nichts. Ihr macht bitte nochmal Kerzen drauf, denn hier müssen jetzt noch andere die Kerzen auspusten. Was macht er? Er wird nur älter. Okay. So. Die Kalenta muss nämlich noch und die Kim kann bitte mal ihren Arsch hierher schwingen, weil Kim... Und du kannst auch hier bleiben, denn du musst genauso älter werden, ne? Du kannst hier hinten jetzt mal deine Kerzen auspusten und Kalenta kann die hier auspusten sich etwas wünschen. Kann die Kim bitte mal kommen? Kim, wo bist du denn? Deine Kinder! Oh Gott. Die Kim so, also interessiert mich nicht, dass meine Kinder hier Geburtstag haben. So ein Scheiß. So. Okay. Let's go Kalenta. Wünsch dir was. Und die Kim kommt jetzt eher so. Yay. Oh Mann, jetzt habe ich das Kim-Bild verpasst. Egal. Sie wird es bestimmt nochmal machen. So. Yay. Kim. Du feierst deine Kinder. Das freut mich doch immerhin. Hallo. Wer pupst denn hier? Alter, geh doch nicht die ganze Zeit weg. Komm doch bitte. Bleib doch hier, Kim. Und Kalenta ist auch älter geworden und hat auch nichts erreicht und ist selbstsicher und gemein. Naja. Okay. Was wird sie dann noch? Ähm. Ich weiß nicht. Was könnte dann Kalenta noch werden? Kalenta ist... Ich weiß nicht. Sie sieht so cool aus irgendwie. Kalenta wird einfach... Ähm. 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 Das passt alles nicht, ne? Äh. Was machen wir, Leute? Kalenta wird sprunghaft. Komm. Die springt auf alles drauf. Das ist doch super. Und er muss jetzt auch nur noch auspusten. Kann er das bitte mal... Ach, da hinten ist er. Ich dachte gerade, wo ist er denn jetzt? Und Kim, feierst du das auch? Oh ja, die Kim trötet, Leute. Oh Gott, wie der aussieht. Ja, also das Vorschaubild unten ist eigentlich schon zu viel des guten. Tier. Was kann man da machen? Tierfreund. Ja, das sind wahrscheinlich die einzigen Freunde, die du haben wirst. Ähm. Du siehst so aus wie jemand, der jetzt gerne mal Hunde und Katzen halten möchte. Aber irgendwie kann ich hier nur Hundefreund anklicken. Ah doch, nein. Da unten ist Katzenfreund. Ich weiß nicht, ob er so... Komm. Du bist ein Hund. Die Kim. Yay. Oh Gott, singen die jetzt? Okay. Ähm. Sie kommt... Alter, wie... Oh mein Gott, wie aggressiv sie gerade angerannt gekommen ist, weil die haben extrem Hunger. Aber... Ja, sorry. Ähm. Ich füge jetzt hier nochmal Geburtstagskerzen hinzu. Und du kannst da Geburtstagskerzen... Hallo? Warum kann ich da keine Geburtstagskerzen hinzufügen? Nein, da hat sich jemand schon ein Stück genommen. Welches Schwein war das, ey? Du. Oh nein. Oh nein, das Kind. Egal. Ja, du bist jetzt so ruhig. Ähm. Wie mache ich denn das jetzt? Hilfen, Kerzen auszublasen. Genau. Die Valentina. Denn die ist schon hier unten. Oh Gott, Leute. Ist das hier schlimm? Ist dat hier schlimm? Ach, er macht das. Das ist ja auch okay. Wenn die Kim das nicht machen muss. Kim schmeißt Konfetti durch die Luft. Und er schmeißt eine Bombe durch die Luft. Also. Was? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stress mich doch nicht so. Herzlichen Glückwunsch zum Beginn deiner Elementesammlung. Was? Was für eine Elementesammlung? Warum schenkt uns jeder ein Geschenk? Oh mein Gott. Und auch tote Menschen. Oh. Sind zwei Kinder von uns schon tot? Was? War hier eine Anstieg? Ah ne. Das ist die Mutter. Das ist die Mutter. Die ist schon länger tot. Äh. Same. Same meine Gude. So. Ähm. So. Sie wird jetzt älter. Oh mein Gott. Ich bin gespannt wie sie aussieht. Ähm. Mental. Ja. Das interessiert mich eigentlich alles weniger. Ähm. Albern hat sie als Merkmal bekommen. Ja. Das würde auf jeden Fall passen. Dann würde ich das einfach mal lassen. Ähm. Aber das würde ich hier gerne ändern. So eine Motorik würde ich da machen. Hä? Ich will doch Albern. Wo geht das? Albern gibt es gar nicht. Hier gibt es nur Spinner. Hä? Seit wann? Das sind doch die ganzen Merkmale. Das sind doch keine. Ach nein. Das ist ja kein. Stimmt. Sie war Albern und jetzt wird sie halt eine Spinnerin. So. Ergibt Sinn. Oh. Sie hat aber einen crazy Zopf. Und ähm. Fügen wir nochmal Geburtstagskerzen hinzu. Bis hier jeder Geburtstag hatte meine Freunde. Ähm. Oh mein Gott. Was geht denn ab? So. Und du holst jetzt bitte noch ähm. Hey. Warte. Du bläst jetzt noch mit äh. Kimberly aus. So. Hol die mal bitte meine. Mein guter Freund. Wo ist sie denn? Hallo. Ach guck mal. Die ist auch hier unten. Die hat sich schon eingekackt. Aber kein Problem. So. Jetzt wird hier gepustet. Und die Kim. Yay. Oh Gott. Die Kim singt. Oh Gott. Leute. Ja. Hier ist auf jeden Fall die Party im Gange. Ähm. Okay. Ja. 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 Okay. Ähm. Also. Unabhängig war sie. Und jetzt wird sie. Ähm. Natürlich. Ein kreatives Wunderkind. Und da sie schon unabhängig war. Würde ich sie gerne auch selbst sicher machen. Die Kim so. Oh mein Gott. Wie sieht denn Kimberley aus? Oh mein Gott. Also ganz kurz. So sieht Lucas jetzt aus. Ja. Schwierig. Möchte ich ganz kurz sagen. Dann so sieht. Madame. Äh. Valentina jetzt aus. Ja. Geht eigentlich noch. Und Kimberley sieht einfach so aus. Ihh. Sie sieht echt komisch aus. Sie sieht irgendwie aus. Würde ich so eine Perücke tragen. So eine richtig alte. Hm. Okay Leute. Ich lasse euch jetzt einfach mal mit diesem Bild zurück. Und ich hoffe euch hat die Folge trotzdem gefallen. Eine Massenalterung. Wann sieht sie denn so aus? Eine Massenalterung hier bei The Sims 4. Und ja. Ich hoffe. Euch hat die Folge gefallen. Wenn ja. Würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. In der nächsten Folge werden wir. Wir werden wahrscheinlich unser Kind bekommen. Ich bin sehr 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 gespannt. Und ja. Dann werden wir in der Folge danach die guten umstylen. Also die kleinen. Ähm. Beziehungsweise ihn eigentlich auch. Denn das geht mal gar nicht. Okay. Ich würde sagen. Wir hören uns das nächste Mal. Rechts oben könnt ihr mich abonnieren. Falls noch nicht getan. Links oben findet ihr die letzte Folge von der 100 Babychallenge. Und unten drunter die Playlist. Falls ihr euch nochmal alle 17 Millionen Folgen geben wollt. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.